Ich weiß nicht, ob einige von euch das Video schon mal gesehen haben, wo die Frau folgendes ruft. Und die Hühner alle in den Stall gehen. Feierabend! Wule, wule! Wule, 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 wule! Feierabend! Kommt! Wied, wied! Beklappt auch bei Gänsen. Wule, wule! Kommt mal, kommt! Für Feierabend! Und Armsport! Und drüber! Hopp! Na los! Na los! Hopp, hopp, hopp! Feierabend! Na los, kommt! Feierabend! Ne, ihr Brusten nicht! Boing! Purzel! Nochmal! Komm her, Purzel! So, ich geh da mal vor. Mal auf, wie das geht. Feierabend! Steh mir? Bleib ich stehen? Cool! Spielzeug für Erwachsene! Spielzeug für Erwachsene! Sie wissen genau, wo es hin geht. Nur haben Sie gelernt, wenn ich nicht vorgehe, dass okay, Lecker hier bei mir, den habe ich in der Hand. So, die bringen sie rein. Gute Nacht! Jetzt sind da meine Schuhe. Hallo, die brauche ich noch. Guck, guck! Wance! Whop! Wance! 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 Vielen Dank.